nur schein aber das war sträflich ihn da zum schuss kommen zu lassen haben sie die quittung unglaublich wie sie ihn da machen lassen als wüssten sie nicht dass er aus der distanz gefährlich ist da hat er toll maß genommen und voll abgezogen keine chance für den keeper okay dieses tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen perspektive